Musik Ich darf Sie hier in dem Visäum in unserem Zwischenbau zum Stadt- und Industriemuseum und Eingangsbereich zum Visäum ganz herzlich willkommen heißen und darf diesen Willkommensgruß auch namens des Fördervereins Wetzlar Stadt der Optik, Herr Professor Erbach wird nachher noch persönlich sich äußern und im Namen des Vereins Visäum, Herr Niggemann wird aber selber auch nachher noch ein paar Worte sagen Größe natürlich Mitglieder auch des Visäumsvereins, des Fördervereins Optik, der heimischen Presse und natürlich Kinder aus unserem Kinderhort Marienheim, die ja nicht weit hierher haben aber sicher mit großem Interesse auch diese bunten Bilder verfolgen werden, die hier an der Wand aufgehängt sind Der Optikparcours in Wetzlar ist eine Vielzahl von Einrichtungen, die zum Anfassen sind Sie müssen aber erfahren werden und ich denke, dass was an spielerischen Elementen im Bereich des Optikparcours vorhanden ist sollte auch gerade an die Jüngsten mit herangetragen werden, die sich mit dem Thema sehen, mit dem Thema Optik vielleicht ganz spielerisch auseinandersetzen und da war es eine sehr kreative Idee, das wird Herr Erbach dann noch genauer beschreiben von wem und von welcher Seite sie ausging Herr Heil hat sich dort auch mit eingebracht dass Herr Erbach dann die Illustration von Szenen aus unserem Optikparcours eingebunden in den Hintergrund unserer wunderschönen Stadt Wetzlar übernommen hat wo mit viel Fantasie einzelne Situationen, die wenn man genauer hinschaut dann über das Maß hinausgehen, was nun tatsächlich vorhanden ist ein etwas bunter und vielfältiger Strauß an Situationen ist dort geschildert dass diese Bilder dann Eingang finden werden in ein Buch, was in Vorbereitung ist und was als Kinderbuch auf den Optikparcours und unsere Stadt Wetzlar aufmerksam machen soll wie ich finde ein gelungener Brückenschlag zwischen denen, die als Erwachsene mit sozusagen dem wissenschaftlichen Anspruch diesen Optikparcours betrachten und auf der anderen Seite den Kindern, den Jugendlichen, die den Erlebnischarakter des Optikparcours in noch stärkerem Maße in den Blickfeld mitnehmen wollen dass wir die Ausstellungseröffnung hier im Visium mitmachen, hängt natürlich damit zusammen, dass das Visium ja eines der Elemente ist, die die Stadt Wetzlar als Stadt der Optik und als Goethe-Stadt prägt, Goethe natürlich mit seinen Farbenlehren auch immer Teil dieses Optikgedankens und hier bildet sich ein wunderbarer Bogen auch zur Vielfältigkeit der Farben, die wir hier in diesen Bildern sehen können der Optikparcours ist ein Element der Kreativität und dazu gehört auch die bildende Kunst und deshalb freut es mich, dass Herr Atzbach mit seinen filigranen Zeichnungen und seiner Ideenvielfalt das Ganze ergänzt was mit technisch vielfältigen Initiativen im Rahmen des Optikparcours auf den Weg gebracht worden ist deshalb denke ich, ist die Ausstellung hier gut platziert und kann dann auch ein wenig Geschmack darauf machen dann tatsächlich das Visium zu betrachten und dort ein konkretes Erlebnis mit wahrzunehmen in dem Sinne darf ich Sie alle recht herzlich willkommen heißen freue mich auch, dass der Bürgerverein, der den Optikparcours unterstützt hat mit seinem Bürgerstiftung, Entschuldigung, muss aufpassen ganz genau, die Bürgerstiftung, so meinte ich es auch die den Optikparcours aktiv unterstützt hat, andere Sponsoren hier unter uns sind ich freue mich darauf, wenn wir immer wieder die vorhandenen vielfältigen Möglichkeiten unserer Stadt gemeinsam mit Max und Moritz, die auch hier verewigt sind in den Bildern dann würdigen können ja herzlich willkommen